So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute geht es um ein Thema, was wir alle nur sehr ungern besprechen und zwar geht es um das Thema Blattläuse. Hier im Speziellen bei den Chilis, aber auch bei anderen Zimmerpflanzen natürlich anwendbar, also relativ universell. Und ja, genau, ich habe mir heute diese Chili-Pflanze angeguckt, meine Chili-Pflanzen und habe festgestellt, geil. Ja, die ersten Chilis werden so langsam ersichtlich, habe dann aber ein paar Sekunden später gemerkt, ich weiß nicht, ob man es jetzt irgendwie herangesoomt bekommt, ja, hier befinden sich Blattläuse dran. Und ja, jetzt will er nicht mehr. Diese Biester können, glaube ich, die wenigsten nur leiden, ich auch nicht. Und ja, deswegen wollen wir heute gucken, dass wir die so ein bisschen bekämpfen und einfach ein, zwei Mittelchen mit auf den Weg geben, wie wir das machen, werde das so ein bisschen Step-by-Step erklären und dann natürlich hoffen, dass sich das Ganze zum Guten wendet. Also, fangen wir doch gleich mal an. So, das heißt, wie gehe ich jetzt als nächstes vor? Als nächstes oder als erstes bereiten wir eine sogenannte Spülmittellösung vor, die wir dann auf die betroffenen Blätter bzw. auf die betroffenen Früchte sprühen können. Das Ganze dann mit einer Sprühflasche, am besten ist natürlich so eine Pumpsprühflasche aus dem Baumarkt oder bei Amazon. Ich kann sie auch mal unten verlinken. Ich habe jetzt hier aufgrund der Schnelligkeit einfach hier auf so einen leeren Glasreiniger hier gesetzt, habe den relativ lang ausgespült und dann nochmal dieses Sprühelement relativ lang durchlaufen lassen mit klarem Wasser, sodass es jetzt einfach super rein ist. und dann müsst ihr einfach beachten, dass ihr auf einen halben Liter Wasser 5 Milliliter Spülmittel nehmt. Und wenn ihr halt einen Liter Wasser macht, weil ihr jetzt ganz, ganz viele Pflanzen habt, dann nehmt 10 Milliliter Spüli, natürlich so zur Einschätzung, das sind 500 Milliliter Spüli und dann kann man das ja ungefähr abschätzen. Wie gesagt, halber Liter und 5 Milliliter Spüli, das werden wir jetzt zubereiten. Das Ganze mache ich ohne Kamera, weil ich habe ansonsten nicht genug Hände frei, um das richtig zu machen. Und dann sage ich mal bis gleich. So, das ganze Gemisch befindet sich jetzt hier drin. Wir können noch ein bisschen schütteln, dann entsteht natürlich ein bisschen Schaum. Den müssen wir dann gleich erst wieder sich absetzen lassen. Insgesamt sieht so dann diese Mischung aus mit 5 Milliliter Spüli und einem halben Liter Wasser. Genau, das wäre es für das Erste, was wir da vorbereiten müssen. Das ist immer so mein erster Step, wenn ich das mache. Genau, da haben wir das schon mal vorbereitet und jetzt treffen wir die erste Vorbereitung dann an der Pflanze. Genau, und bei der Pflanze ist jetzt zu beachten, wenn ihr Jungpflanzen habt, dann lasst den Step jetzt aus, weil jetzt werde ich die Pflanze abspülen, beziehungsweise die betroffenen Stellen, aber überall auch mal ein bisschen drüber spülen, um die Blattläuse abzuspülen. Das Ganze natürlich mit einem nicht so harten Strahl, das heißt am besten einen sehr leichten Strahl und wenn er ein bisschen härter ist, dann so ein bisschen so die Hand vorhalten und das so an der Hand runtertropfen lassen, sodass man aber sieht, und das sieht man eigentlich dann recht deutlich, dass die Blattläuse weggespült werden. Einfach auch überall mal so ein bisschen an jedem Blatt ein bisschen anpacken und alles wegspülen. Und genau, dann melde ich mich gleich, wenn ich das hier alles ein bisschen gespült habe, die kleine Sauerei gemacht habe, melde ich mich wieder. Genau, jetzt haben wir das Ganze ein bisschen abgespült, da hängen erstmal die Blätter, ich werde sie gleich so ein bisschen abtropfen, abschütteln einfach, dass diese ersten Tropfen da runter sind oder das können wir vielleicht jetzt auch direkt mal live machen. Ja, natürlich, das Ganze ist natürlich auch gut zu wissen, ich werde es gleich nochmal anders machen, irgendwie mit einer Hand klappt es auch nicht so gut, wenn wir nochmal die einzelnen Blätter rangehen gehen und das so ein bisschen abpütteln hier, sodass die Wassertropfen so ein bisschen abgehen, einfach ein bisschen schütteln. Nicht zu stark das Ganze, sondern so, ich denke, das weiß jeder, wie fest kann man seine Pflanze, das muss man natürlich individuell dann auch sehen, wie fest kann ich meine Pflanze anpacken oder wie viel kann ich da rütteln. So, das kann man dann so ein bisschen einschätzen. Genau, wenn ihr das dann gemacht habt, dann kommt nämlich der nächste Step, ich werde das jetzt nochmal ein bisschen intensiver machen, sodass sie so ein bisschen trocken ist und dann kommt der Step, wo wir dann unsere Spülmittellösung anwenden. So, jetzt folgt ein sehr einfacher und spaßiger Teil und zwar, wir dürfen diese Spülmittellösung hier da drauf schießen und ja, ich fange mal an und mache mal so ein paar Beispielspritzer und dann können wir auch von oben, ich habe die Spülmittellösung ein bisschen weiter weg und können das dann einfach hier so auftragen, überall so ein bisschen. Wichtig wäre, dass ihr das nicht macht, was ich gerade nämlich gemacht habe, ganz großer Schnitzer, dass ihr versucht, dass ihr nicht die Erde trefft, dass das nicht in die Erde reinzieht, weil dann kann es schaden, aber so jetzt erstmal auf die Blätter ist das vollkommen in Ordnung. Also versucht da, dass ihr nicht so von oben, wie ich das gerade gemacht habe, so, dass es dann nachher nach unten tropft. Natürlich, dass da ein bisschen was nach unten kommt, das ist nicht so schlimm, aber dass ihr einfach versucht, das zu vermeiden. Ich werde das jetzt weitermachen. Das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Danach müsst ihr tatsächlich auch nur noch die Chili-Pflanze trocknen lassen und natürlich dann gucken, wie sieht es aus mit den Blattläusen, verpissen sie sich oder nicht. Ich habe damit bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht, also danach war ich meistens clean, aber das hält natürlich Blattläuse nicht für ewig zurück, aber es ist einfach eine gute schnelle Alternative. Ich glaube, dass man da innerhalb von 10 Minuten einfach dann wieder clean ist. Man muss die ganze Pflanze natürlich die ganze Geschichte noch trocknen lassen, aber ansonsten ist es relativ easy going. Was halte ich von der Geschichte? Also ich bin normalerweise immer für Natur pur. Ihr könnt natürlich auch Marienkäfer suchen und die dann auf eure Chili-Pflanze bzw. Hauspflanze tun. Das ist natürlich nur sehr schwierig, an Marienkäfer ranzukommen, weil wenn man sie braucht, sind sie dann nicht da. Diese Erfahrung habe ich gemacht und deswegen ist das eine ganz gute Alternative. Wie gesagt, was halte ich davon? Erstmal, das Spülmittel ist natürlich verdünnt und ich reinige meine Teller damit. Von diesen Tellern esse ich dann später auch. Das ist natürlich dann trotzdem keine Entwarnung, dass man jetzt Spülmittel essen sollte, aber ich denke, es ist trotzdem noch ein bisschen besser als andere Pestizide, die man sich sonst noch so auf die Pflanzen tun kann. Und so wie ich es, soweit ich es im Internet gelesen habe, ist es tatsächlich nur gegen Schädlinge, wie zum Beispiel Blattläuse, aber auch noch ein paar andere Schädlinge aktiv. Aber zum Beispiel den Marienkäfer würde es jetzt nichts machen. Genau, ich spüle die ganze Geschichte noch ein, lasse es trocknen und danke euch fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge und ciao. Ansonsten, falls ihr irgendwelche Kommentare und Anmerkungen habt, schreibt es wirklich rein. Ansonsten bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.